Gute Morgen hier auf dem Weichhorn in der Rosa. Aus Sicht kommt gut. Gute Morgen. Neun. Neun. Juhuu. ! Zwei neun auseinander schneiden. Butter drauf. Es gibt Mediex, schneiden wir mal wieder an. Vielleicht jetzt noch einen Schnapps nehmen, das weiss ich. Oh, ha ha. Ah. Die Stimmung, die Leute, dass die da sind, das ist einfach Wahnsinn. Ich hatte Dreck, Spaß, Auf- und Abfahrt und ich hab ein Bier. Die Trailjagd hier in Arosa. Mittlerweile sind die meisten Teams schon im Ziel, wir haben einige Missionsstationen erfüllt und jetzt ist langsam Zeit zum gemütlichen Teil des Tages über zu gehen, ein bisschen Bier trinken.